ja hallo mein lieben freunde und herzlich willkommen zurück zu dorky kass beim nächsten mal haben wir die drei missionen hier zu Ende gemacht zwar diese geiselhinrichtungsveränderung dings da diese geiselleitung und keine ahnung dieses irgendwie gehen die die level für mich viel zu schnell ich weiß nicht ich weiß nicht keine ahnung man kann auch irgendwie nicht ein schwierigkeitsgrad ändern oder so weiß ich jetzt auch nicht gut dann machen wir drei geiselhinrichtungsveränderungsmissionen hintereinander hinrichtungsverhinderung ja drei geisel müssen überleben oder gerettet werden optional erinnere altruisten ist die aufklärung vierzehn mindestens bis zwanzig oh gott oh gott das sind mir viel zu viele einheiten das sind mir viel zu viele ich glaube ich würde das so machen oh gott alter oh gott oh gott oh gott oh mein gott oh nee nee lass mal ja wie 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 ja gut ich habe so einen groben plan in meinem kopf aber ich weiß jetzt nicht ob ich den jetzt genau so umsetzen werde und zwar hätte ich jetzt vor dass die beiden typen sich irgendwie durchs haus durch gehen oder so und dann hier sich so im haus umgucken einer von unten einer von oben kennt man ja dann vorne hätte ich jetzt gern dass der hier reingeht hier das safe dann sich hier vorne hinstellt und dann auf ein befehl dass die dann dass der dann halt hier hinten hingucken der soll das hier mal sichern also soll also diesen bereich hier sollte der hier sichern und hier auf dem befehl die tür aufmachen und dann hier auch so hingucken dann die boys hier sollen auf dem befehl warten und dann hier hingucken oder so oder ich bewege die halt zuerst hier in das auto und dann sollen sie auf dem befehl hier raus gucken weiß ich jetzt nicht ja das ist so der grobe plan fürs erste das ist so ich würde gerne mal ja 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 so ja 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 Alter, wie viele sind das? Hilfe! Hier vorne sind ja bestimmt auch nochmal so 20 Leute oder so. Alter, jetzt mal ohne Witz jetzt. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5. Also mindestens 5 Leute in diesem kleinen Bereich. Hier kann es sein, dass hier auch noch einer ist. Oder hier vorne kann auch sein, ne? Also mindestens 5 Gegner in diesem. Und einfach hier in dieser Einfahrt. Einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gegner. Hier vorne natürlich auch bestimmt noch welche. Alter. Excuse me, what the fuck? Alter, ich... Hilfe! Oh mein Gott, Alter. Krebs. Einfach nur Krebs. Okay, der guckt da nicht hin. Der guckt da aber hin. Dann würde ich vielleicht versuchen, den hier wegzuholen. Ja, keine Ahnung. Hm. Am liebsten würde ich alles auf einmal irgendwie machen, aber... Wie zum Henker soll ich das machen? Okay, ich hätte da so vielleicht eine Idee. Aber auch nur vielleicht. So. Keine Ahnung, wieso kein Plan... Ne, das ist schlecht. Das ist eine schlechte Idee. Das ist eine schlechte Idee. Ne, ne, warte mal. Warte mal, warte mal. Ne. Ah! Lösch dich. Nein, mach das weg. Mach diese weg. Hilfe. Hallo. Okay, so. So, und zwar... Äh. Bonny, das ist alles nicht gut. Das gefällt mir nicht. Vor allem das Ding ist, das sind ja halt solche Türen und wenn er halt diese Flashbang wirft, dann bleibt diese Tür halt auch noch offen. Ne? Ja, ne, das ist keine gute Idee. Ne, Alter. Ne, Alter, das gefällt mir irgendwie gar nicht da vorne. M-m. Erstmal so. Bonny, Alter. So, mach erst mal die Tür auf. Boah, keine Ahnung, Alter. Äh, mach auf. Okay, erste Geisel ist safe. Wie viel waren es? Fünf? Äh, sechs. Okay, irgendwo chillt noch eine Geisel. Alpha, go. Ähm. Oh, nee, Alter. Boah, gar kein Bock. Ist mir grad viel zu stressig. Okay, der eine ist getroffen. Also, was mach ich hier nicht? Ich auch. Scheiße, ich hinten, das ist ja auch noch eine Tür. Leck mich fett, ey. Könnt ihr verstehen, dass ich grad ein bisschen unter Druck bin? So, beim letzten Mal hab ich so gesagt, ja, die Mission geht mich hier viel zu einfach. Oder auf einmal kommt sowas hier. Scheiße, ey. Äh, ne. Du gehst hier vorne hin. So wollte ich das haben. So. Äh, dann gehst du mal hier vorne hin. Guckst da erstmal. Boah, Hilfe, ey. Also, du passt erstmal hier hinten irgendwo auf. Weiß ich nicht. Also, und ich hätte gerne, dass du hier erstmal scoutest. Ähm. Also, wenn ich du wäre. Hostile in Sight. Target in Sight. Got one. Moving. On Alpha. Hostile in Sight. X-ray now. Target in Sight. Okay. Okay, was war das jetzt? Hm. Oh, ich könnte das sogar... Okay. Wait a minute. Okay. What are you? So, könnte ich denn mal den da hinpacken? Ich glaube, die Geiseln da so erstmal sicher zu bekommen, wäre wichtiger für mich. Okay. So. So hier. Hm. Äh, so und dann so hier. Hm. 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 Ah. Ja, klar. Wieso nicht? Hostile in Sight. Alter, das sind ja noch mehr, als ich dachte. Ja, Böller mal rein. Ja, gut, dann... Mach mal. Go. Time to say goodbye. So. Echt jetzt so einfach? So einfach? Ich brauchte nicht mal die fetten Jungs da oben. Ja, gut, dann schick ich mal einen hier so rein. Äh, und der andere würde sich dann halt um die Geiseln kümmern. Die erst mal aus dem Gefahrenbereich, Gefahrenzone, whatever. Whatever. Ja, wahrscheinlich. Was auch immer ich irgendwie rausbekomme. Okay, ist nichts. Okay. Ja, okay. Ähm. Guck mal hier so. Ich kann ja gleich von hier kommen. Alter, wo sind die Geiseln? Ähm. Okay. No tangos. Time to go. Civilian secured. On your mark. Door unlock. On target. Hostile in Sight. Civilian secured. Hostile in Sight. Also Abraham provided in 10... ...die first... ...die deportation. ...die King of Righteousness. ...and then also King of Paleo. Affirmative. ...without father, without mother, without genealogy. Got it. ...having either beginning of days or end of fire. ...needs a priest to take away. Now consider how great this man was to... ...heb in Abraham the bestiary. ...give a 10 son of the best spoiled. They, in need of the sons of Levi, receive the priest's office. I think he's all right. Come with me. Let's go. Civilian secured. ...warsmen is of their brothers. ...these have come out of the body of Abraham. ...for this Melchizedek. ...the King of Salem. ...without God's most high. ...with Abraham returning to the mother of mothers. So, Alpha. ...The door off. Uh... ...doch. Alpha... ...and then also King of Alpha. Uh, what, if I show off. ...with out Alpha, without father, without mother, without genealogy. Alpha kill. Good job. We're done here. Easy game, Alter. Boah, jetzt werde ich in diesem Level so krass auf die Schnauze kassieren bekommen, was auch immer. Wette ich. Wette ich drauf. Hinrichtungsveränderung. Aufgaben. Geise müssen überleben oder gerettet werden. Optional. Eliminiere alte Resten. Ja. Ja, die ganzen Level sind Hinrichtungsveränderung. So hätte ich gerne. Dann halt noch jemand mit der Schrotze. Mit einer Schrotze. Der Schrotz, die nehme ich weg. Ach, ja, keine Ahnung, wieso. Wie viele Geiseln waren das? Drei? Zwei, okay. Also, die da und die da. Scheiße. Ach, ja. So, rein da. Ähm. So schön den, den, den Wandschrank checken. Ähm. So. Mach hin. Alter. Uh. So. Das ist, äh, ist, äh, keine gute Idee, oder? Alter. So, mach auf. Ich schozi. Oh. No shot. Target left view. In position. Target left view. Alter, Kumpel, was hast du versucht? Was war das? So. Okay, packe ich mal hier vorne hin, damit keiner die Geisel wegmacht. So. Das ist jetzt erstmal da so zur Sicherheit hin. Ah, da ist der mit Schotpflanze. Okay, nice. Äh, noch dieses Level, ne? Ja. Okay. Hinrichtungsverhinderung. Geisel müssen überleben oder gerettet werden. Ob es in ihre Altereristen. Ähm. Mindestens neun bis, äh, fünfzehn? Ja, fünfzehn und eine Geisel. Na gut, gucken wir mal. Hm. Inzwischen checke ich, wieso die ganzen Einheiten existieren. Früher habe ich einfach nur die ganze Dame mitgespielt, so. Weiß ich nicht. Ähm. Ne, warte mal. Du kommst, ne, wohl. Doch. Ist ne kurze, ist ne recht kurze Distanz, also. Ne, packe ich mal den Schild, boi, dorthin. Das ist Sturmgewehr, okay. Packen wir mal so. Würde ich den einen Typen hier so nach hinten schicken. Und die drei würden sich dann hier um die Front kümmern. Lock and load. Let's do this. So. Hang down. Come on. No shot. Hang down. Nice. So, guck mal oben, bitte. Okay. Welcome. Okay. Ähm. Roger. Dock sich hier vorne hin. Äh. Du gehst dann mal hier vorne hin. Blasters auf. Ja, so irgendwie. Ne, wohl. Die beiden tauschen mal die Plätze. Weil diese, das hier ist mehr Frontaler drauf. So. Ne, obwohl. Es bleibt doch so wie. Also es bleibt so wie es ist. Äh, weil. Der Schildtyp kann halt durch diesen Flur hier gucken. Deswegen. Okay, muss nicht aufgeballert werden. Okay. Roger. So. I'm on it. Guck mal hier, bitte. Okay. Warte mal. Ach, keine Ahnung, ey. Mach einfach. Okay. Looks clear. On your mark. Nee. Boah. 180, alter. Straight down. In position. So, irgendwie. So, irgendwie. Roger. Right down. Roger. Okay. In position. Okay, ist nichts. Oh Gott. Rehn mal auf. So, guck mal hier hinten. Ah, okay. Good job, we're done here. Ey, ich glaube, ich rushe viel zu krass durch die Level durch. Ich weiß nicht, was los ist, Alter. Gut, ähm, dann werden wir wahrscheinlich... Oder werden wir... Ne, ich habe hier noch ein paar Missionen zu erledigen, also... werden die drei nächsten Parts wahrscheinlich auch hier um diese Leveln gehen. Und dann werde ich wahrscheinlich noch vielleicht ne... die nächste Kampagne machen. Ich weiß, ich bin mir aber nicht sicher. Nur gut, Leute, dann war's das hier mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst Daumen und da, sonst könnt ihr gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren, was weiß ich was... Äh, hab ich schon gesagt? Hab ich schon gesagt? Ja, hab ich schon wahrscheinlich gesagt. Äh, die Plätze auschecken. Äh, weiß ich nicht, eins von den... Ach, keine Ahnung, was ich für ein Scheiß laber. Ähm, tschüssi... Ja, weiß nicht. Ach, was laber ich da wieder für ne Scheiß? Irgendwann dann, tschüss. Au! Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi! Tschüssi! bzw.